Hallo und willkommen zurück zu NoMoria. So, ich nehme die Pause raus. Wir haben einiges an Werkzeugen, das wir herstellen wollen. Wir haben auch irgendwie ein mysteriöses Erzvorkommen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wir haben nämlich auch irgendwie doch recht viel an Malachit. 85 Kupfererz. Ja, gut, das Kupfer haben wir ja, ich sag mal, im Keller gefunden. Aber hier diese Malachitbarren, die wir hergestellt haben, die kamen ja nicht einfach so aus dem Nichts. Aber irgendwie haben wir sie. Malachitbar, hier schon wieder. Sehr gut. Hier vorne werden noch die Räume gebaut, wie man sieht. Ich glaube, der ist fertig. Genau, da kann man da auch eine Tür einsetzen. Eine Tür. Und dann nehmen wir eine... Was nehmen wir denn da? Nehmen wir Birke. Hier überall auch. Da halten wir den Stil bei. Birke, Birke und wenn dann da der Boden drin ist, kommt auch da Birke hin. Und ich sagte ja, wir haben hier viel Metall und da wollen wir dann auch mal ein paar Werkzeuge aus Metall noch herstellen. Das ist hier das Smelter. Da schmelzt Material ein. Amoral stellt Rüstungen her. Den wollen wir auch nicht. Den wollen wir nicht. Moment, den wollen wir denn dann? Den hier. Den Schmied. So, da haben wir jetzt schon einmal diesen Malachithammer hergestellt. Als nächstes wäre jetzt hier sowas wie eine Felling... Ja, wie ein Felling-Axe-Head mal möglich. Kupfer haben wir aber nicht. Wir hätten gerne Bronze. Ja, genau. Auch nicht schlecht. Oder aus Malachit. Aber dann machen wir doch eher eine Waffe draus. Aber aus Bronze können wir zum Beispiel zwei Felling-Axe-Heads machen. Die, die wir jetzt haben, die sind aus Kupfer. Dann zwei Pick-Axe-Heads. Nein, nicht Anybar. Moment, Ganze. Nehmen wir mal wieder Bronze. Okay. Eine Feile. Wofür braucht man denn die Feile? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne, okay. Das sind dann die Teile, die sie herstellen sollen. Da wollen wir dann mal die Miner unterstützen mit besserem Werkzeug. Und wir haben ja dann noch die alten aus Kupfer und dann könnten wir dann im Prinzip weitere Arbeiter aufnehmen. Also jetzt haben wir hier drei Mineure. Von denen können eigentlich nur zwei gleichzeitig graben. weil wir nämlich auch nur zwei solche Pick-Axe oder Pick-Axes haben. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber guckt mal nach. Tool. Ja, ihr seht da. Oh, ich habe ja so ein Pick-Axe-Head. Ja, haben wir gerade hergestellt, oder? Das Bronze ist der. Ähm, dann können wir hier auch gleich reingehen zum Blacksmith. Können wir hier mal einen entfernen, so. Und gleich Pick-Axe. Das Bronze hinten dran und Anyheft, genau. Super. So, und die anderen, die waren aus Kupfer. Gucken wir nochmal rein. In unsere Tools. Pick-Axe aus Kupfer waren die. Genau. Und aus Bronze. Genau, okay. Kupfergegenstände. Und im Moment, wir gehen doch nochmal rein in dieses Menü. Schauen wir mal eben rein. Weapons. Da müsste dann nämlich auch der Hammer aus Malachit auftauchen. Das macht er auch. Zwei aus Kupfer, einer aus Malachit. Kein Warhammer. Ja, klar. Ah, hier, Hammerhead. Da tauchen die auf. Hammerheads. Ein Warhammerhead aus Silber. Ah ja, dann können wir die jetzt mal direkt zu einem Warhammer verarbeiten. Dann nehmen wir mal Warhammer. Silver Warhammerhead und Anyheftcraft. Move up. Sehr schön. Sehr schön. Da sollten wir vielleicht häufiger mal reingucken hier in unseren Stocks. In dieses Menü hier. Weapons. Was haben wir denn da noch? Crossbow Stock. Wooden Shield. Okay. Ein Schwert aus Kupfer. Na gut. Dann können wir hier nochmal in die Forge gehen und da noch ein bisschen Eier. Malachit Bar wird da hergestellt. Da haben wir aber wahrscheinlich kein Malachit mehr. Genau. For Hammerhead. Add Weaponsmith. Okay, dann machen wir doch mal Bronze. Moment. Zwei Bronze Barren. Genau. Ach, wir haben keinen Zinn mehr. Ah, okay. Dann müssen wir erstmal Zinn Barren herstellen. Na gut. Tin Ore. So, zweimal Zinn. Wir haben 30 Stück. Können wir also 15 herstellen. Eins. Moment, ich setze die mal nach unten. So, eins, zwei, ah, okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Zinn Barren. Und dann gucken wir mal, wie viel haben wir an Kupfer. Da haben wir ein bisschen mehr. Aber wir brauchen für Bronze eins und eins. Wir haben fünf Kupferbarren. Dann stellen wir noch zehn Kupferbarren her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Move down. Das klicke ich jetzt noch ganz unten. So. Okay. Da haben die auf jeden Fall erstmal genug zu tun. Unsere Carpenter, unsere Schreiner, Holzarbeiter habe ich es ja genannt. Die haben auch noch eine Menge zu tun. Hier allein schon die Türen herzustellen. Jupp. Ja, und der Boden hier oben ist immer noch nicht ganz verteilt. Da sehe ich noch eine Falle, die da rum. Oder ist das nun wie eine richtige Bronze Spike Trap? Die müsste doch eigentlich hier unten hingebaut werden. Genau. Wo macht denn das keiner? Wahrscheinlich, weil der Bildbefehl ein bisschen zu weit unten ist. Ähm... Ingenieur, der könnte das machen. Ich gehe nochmal auf Ingenieur. Bild überhauling. So, dann müsste jetzt eigentlich, wenn der Ingenieur das nächste Mal da was weggeräumt hat, sich die Falle schnappen. Und die verbauen. Denke ich mal. Seitdem ist jetzt noch irgendwo was anderes zu bauen. Ah ja, da kommt schon einer und macht das. Sehr gut. Sehr schön. Super. So. Ja, das wird ja hier im Prospector Shop gemacht. Ähm... Hier das... Ähm... Ausziehen von Erzen aus dem... Äh... Aus der Erde und... Aus... 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 Da vor der Tür sieht alles ganz gut aus. Alles voll mit Obstbäumen. Nicht schlecht. So, hier oben sieht es langsam auch nett aus. Die Bäume wachsen auch so langsam. Sehr schön. Das hier oben wird noch nicht gemacht, aber gut. Was soll es? Das hier, das müsste so ein Leatherstrap, genau. Ich denke mal, dass wir hier schön aussehen, wenn hier alles voll mit Bäumen ist. Da wachsen endlich die Birken. Da fehlen noch ein paar. Klar, muss da alles noch hingesetzt werden. Ein paar weitere Gnome könnten wir durchaus gebrauchen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ein paar kommen würden. Das haben wir hier. Da haben wir Strawberry Farm gemacht. Da seht ihr ja, hier ist noch so viel zu tun. Wir brauchen noch viel mehr Farmer. Bevölkerung hat auch komplett zu tun. Oh, was ist denn da los? Single Passes Out From Exhaustion. Der ist so kaputt, dass er nicht zum Schlafen gekommen ist oder was. Nee, zum Schlafen gekommen ist. Moment, hat er eventuell kein Bett? Da gucke ich noch mal eben nach. Gut, dass ich jetzt gerade pausiert habe. Wir haben ja hier einige Zimmer. Personal Quarters. Hat die Single etwa kein Bett? So, der hat eins. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Ja, dann kann man wohl nicht mehr rechtzeitig zum Schlafen, was auch immer der Grund dafür ist. Ja. Okay, so, die Birkentüren, die werden hier oben hergestellt, oder? In der Sommel werden Bretter hergestellt, die dann hier nebenan verarbeitet werden. Was sagt denn hier das Baumstammlager? Da sind dann noch einige Birken. Durchaus. Da haben wir noch genug Holz. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, wie sieht es hier aus mit den Steinen. Haben wir da noch genug... Oh, haben wir nicht. Da müssen wir unbedingt mal nach Seppentim Ausschau halten, beziehungsweise klopfen. Da unten wird noch gegraben. Da kommt ja meiner noch hin. Hier unten da ist überall Erde. Na gut. Ja, hier unten wäre möglich, Stein abzubauen. Hier haben wir keinen Teil gefunden. Das ist alles nur Erde. Hier unten haben wir was. Ich glaube, da war Kupfer gewesen. Ein bisschen Clay, ein bisschen Ton haben wir hier. Hinten ist eine Menge Stein. Oh, a merchant from the flowery kingdom has arrived. Sehr schön. Aber wir gucken jetzt gerade mal erst nach dem Stein. Hier waren wir gerade, oder? So, hier ist noch ein bisschen was. Vor allem auch Erde wieder. Ja, hier ist noch eine Menge Stein. Okay. Ja, überall kein Metall dabei. Da ist noch was zu tun. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Dann gehen wir mal noch nach oben und lassen da noch ein bisschen Steine entfernen. Ja, hier könnte man vermutlich noch eine Etage höher gehen. Ich glaube, das hat einen Steinkern. Wollen wir das machen, oder gehen wir eher nach unten? Wir können natürlich auch noch nach vorne gehen. Hier in die Richtung. Aber ich denke mal, da wird auch nur Erde sein. Wollen wir uns auch noch früher oder später angucken. Ich glaube, wir gehen tatsächlich noch mal eine Etage höher. Das liegt hier in dem Fall tatsächlich näher. Da machen wir ein Bild. Bild, 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 Bild. So, Terrain, Stairs Up. Aus Any Clump, aus Dirt. Und dann drehen. Hier hoch. Und dann hier oben. Mein Wall. Machen wir das mal so weg. So. Aus und dann weiter. Mein Wall. Alles hier oben leer machen. Ja, da hinten an dem Rand, da bin ich ein bisschen, da hatte ich ein bisschen Abstand. So. Okay. Pause kann aus. Wir können mal zum Schmied gehen. Das ist der hier. Der Schmied war doch... Also einmal der Weaponsmith. Genau, den gucken wir uns mal an. Ob er jetzt den Warhammer gemacht hat, hat er aus Silber. Ich gehe nochmal auf die Pause. Dann haben wir hier den Blacksmith. Ah, der hat auch alles hergestellt. Sehr gut. Pickaxe. Also Pickaxe. Craft Pickaxe. Fellingaxe. Aus Bronze. Vier Fellingaxe. Heads haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir dann da raus. Cutting Wheel. Das passt schon. Sehr schön. Gut. Dann wird das gemacht. Und wir haben... Einen Silberhammer. Ne, gucken wir uns mal eben an. Items, Weapons. Und dann haben wir hier einen Warhammer. Ein Warhammer. Ein Silver Warhammer. Sehr schön. Den möchte ich mal ausprobieren. Ich hoffe, der ist besser als das, was wir bereits haben. Hammer. Hammer ist einfach nur Hammer. Hammer Uniform. Hammer. Hammer Uniform. Hammer. Das ist... Nein. Das ist einfach nur ein Hammer und kein Warhammer, oder? Hammer? Okay. Dann machen wir eine neue Uniform. Ich nenne den Kriegshammer. Ja, ich nenne den Kriegshammer. Kriegshammer Uniform. So, und wir haben in der rechten Hand den Kriegshammer. Der ist zweihändig. Okay. So, und dann gucken wir nochmal eben bei den anderen. Was wir da für Uniform haben. Das ist alles Leder. Okay. Kriegshammer Uniform. Leatherboots. Leathergloves. Alles hier aus Leder. Das wäre kein Boneshirt, Leathercurus und ein Lederhelm. Ich weiß nicht, ob der aus Skullhelmet besser ist. Müssen wir mal gucken. Könnte ich mal in der Wiki in Erfahrung bringen. So, wir haben jetzt die Blind Slaves of Carnage. Big Idlers. Das sind alles nur Hammerträger. Ist da der Warhammer etwa eine Extrawaffe? Ich hoffe auch nicht. Oh, der Fizzle, der Bauer. Der ist richtig gut. Oh, der ist noch besser. Dann kriegt er doch hier die... Moment, der hat Shield 43. Der hat Shield nur 37. Shield 29. Dann sollte doch hier der Hirte... Der Erste, der sollte... Der Erste, der sollte die... Der Erste, der warhammer Kriegshammer Uniform bekommen. Kriegshammer Uniform. Achso, okay. Ja, na klar. Dann müssen wir natürlich noch eine neue Position machen. Kriegshammer. So. Zweihändige... Mini Damage und Chance. Okay, ja. Highlander. So, mal eben alles einstellen. So. Uniform. Kriegshammer Uniform. Sehr gut. Leader hier bei... Nein, nicht Basic, sondern bei den Big Idlers. Leader hat Kriegshammer. Sehr gut. Sprich, unser... Big Idler Team. Ja, er ist auf... Kriegshammer eingestellt. So. Drei Squads haben wir. Lein Slaves of Carnage, Big Idlers und die Armbrust Gruppe. Sehr gut. Das passt doch. Alles klar. Dann können wir die Pause wieder rausnehmen. Wir haben hier einen Händler vor Ort. Können uns mal anschauen, was der anzubieten hat. Aber ich glaube, wir haben gerade nichts zu verhandeln. Das ist sowieso nicht von Interesse. Nö, das machen wir nicht. Ah, 366 Raw Serpentine. Das war wahrscheinlich alles noch nicht eingelagert worden. Und deswegen... Ah, ne, hier sind nur Steinblöcke. Und das hier? Moment. Hier waren die rohen Steine? Nein, die waren... Ah ja, hier waren die Steine. Da habe ich vorhin ins falsche Lager geschaut. Natürlich. Dann müssen wir mal gucken, dass der Steinmetz hier... Stonecutter... Ja, der muss noch einiges an Blöcken herstellen. Und was hat der da für ein Werkzeug? Ich denke mal, der hat... Lass mich mal eben gucken. Wenn wir jetzt nochmal einen solchen Workshop bauen. Ähm... Stone... Stonecutter. Any Chisel. Okay, boah, Chisel. Chisel. Und wenn wir die aus Metall herstellen, dann ist die natürlich besser. Okay, dann lass mich doch mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich wieder beim Smith... Nein, beim Blacksmith sein. Chisel herzustellen, oder? In dem Fall hier gerade nicht. Metalworker... Auch nicht. Ja, er wird es wohl kaum mehr erstellen. So sieht es aus. Er ist recht nicht in der Forge. Wir stellten das dann her, diesen Meißel. Das müsste dann... Ah, ist das für der Engineer. Könnte er das herstellen? Aus Metall. Auch nicht. Auch ein Crossbow-Bow, um Crossbows herzustellen. Das wir da dann aber in Auftrag gegeben haben. Und das wird vermutlich der... Ähm... Na, der Karpenter herstellen, denke ich. Eigentlich. Chisel kann man hier auch nicht herstellen. Dann ist das wohl tatsächlich beim... Hier oben. Beim... Äh... Mason, da. Chisel. Macht tatsächlich auch Stein. Komisch. Damit können wir das gar nicht verbessern. Na gut. Habt ich aber eigentlich gedacht. Naja. Was soll's? Getreide für Bier? Ist hier wahrscheinlich keins drin, oder? Nein, jetzt ist keins drin. Ähm... Wie sieht's hier aus mit Stoffen? Die sind doch jetzt hier eingelagert en masse, denke ich mal. Auch nur einen Cuttenbolt. Ist nicht gut. Und Stoffe... Wolle sollte hier drin lagern. Ja, immerhin davon haben wir genug. Ähm... Dann... Die Falle ist jetzt gebaut worden. Ja klar, ne? Die war noch voll unterwegs. Ja, da ist sie gebaut worden. Super. Hm... Da liegt ne... Da liegt ne Brustplatte aus Kupfer rum. Ah ja, da kommen auch die Türen rein. Und da vorne sehe ich gerade. Können wir die nächste Tür schon mal Auftrag geben. Ähm... Birch Door. Bitte da hin bauen. Und dann haben wir noch ein bisschen was an Furniture zu verteilen. Ein Bett. Äh... Ist eigentlich egal welches Bett. Genau. Baut mal einfach Betten. Dahin. 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 Furniture. Cabinets. Haben wir noch zwei Stück. Da können wir aber noch ein paar nachbauen. Eins, zwei, drei, vier. Und noch ein paar Dresser dazu. Furniture und Dresser. Haben wir noch drei Stück. Eins, zwei, drei, vier. Und dann haben die anderen nicht alle Fackel drin. Ich glaube man könnte denen ne Fackel geben. Walltorch. Das wäre doch mal was, wenn die alle hier eine Fackel im Zimmer hätten, neben dem Bett. Probieren wir es aus. Vielleicht wird das was. Es werden natürlich einige Fackeln hier gebaut. Und natürlich müssen wir hier in den Räumen auch die Wände noch austauschen. Gucken wir uns das mal an. Hier. Das was wird. Eins, zwei, da noch eine hin. Und da, da, da und da. Dann sollten wir sie alle haben. Zumindest die auf der Ebene. Und da unten haben die schon welche drin. Sehr schön. Dann können wir da noch ein Personal Quarter einrichten. Machen wir aber noch nicht. Ja, die unten werden auch gar nicht wirklich gebraucht. Jetzt hier aus mit den Appen lagern. Ja, da geht noch was rein. Die kloppen sich da unten schön, wie sich das so gehört. Alles bestens. Da kann man die, ich glaube man kann die da schön in Ruhe weitermachen lassen. Na ja, wir bräuchten vielleicht noch ein paar Genome. Wir hätten noch einige Jobs zu verteilen. Gucken noch mal ganz kurz hier in das Lager für die Bandagen. Da sieht es gut aus. Und ich denke mal, wir können dann an der Stelle geruhigt erstmal eine Pause machen. Hier, die ganzen Wände müssen noch ausgetauscht werden. Dafür werden ja noch die Serpentin-Blöcke hergestellt. Gut. Dann. Pause rein. Ihr könnt wieder fleißig kommentieren. Ähm. Ja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.